Die Wettin Trude hat jetzt hier schon mal ein Schild hingestellt, hier in der Geiß, am 21.12. Da kommen sie, die Rhön-Adler. Und hier wird Musik gemacht, Leute. Da könnt ihr mal gucken. Ich mache nochmal so ein kleines Highlight rein, weil die waren ja schon öfters hier, wie das dann hier abgeht. Und wenn ihr Lust habt, taucht ihr einfach auf. Wettin Trude, die Wettin Trude, ihr bekommt sie gerade rein. Und die Elmar, die freue sich dann schon auf euch. Also, Rhön-Adler hier, der läuft echt geil. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich mache weiter. So, ich mache jetzt einen kleinen Werbefilm für die Trude. Das ist die Gaststätte Out. Und die Trude heißt in Wirklichkeit Edeltraut Schärf. Also, passt mal auf, da ist der Text nämlich Aktion. Nur mal so, die, wo nichts wissen, die Gaststätte Out, die liegt in Eichenried. Und Eichenried, Kreisstraße, das ist in Kalbach. Ach so, ja. Moment. Ja, hier ist es, Kreisstraße 12. Wie gesagt, Kalbach, Eichenried. Öffnungszeiten von 17 Uhr bis, egal. Und das ist die Telefonnummer. Und da könnt ihr sie erreichen, ne? Die 097 42 290. Und jetzt zeige ich euch erstmal, was da jetzt abgeht. Also, Leute, im Hintergrund seht ihr die Trude. Das ist die Mitte. Und die Jungs, wo da sitzen, das sind die Rhön-Adler. Und die sind am 21.12. abends bei der Trude in der Kneipe. Und da wird Musik gemacht. Ich zeige euch mal einen kleinen Ausschnitt, wie das da so abgeht. Und ich hoffe, dass ihr alle zahlreich kommt. Weil wenn das alles gut läuft, dann wird die Trude das öfters machen. Trude halt. Und wenn die Wirtin da steht und du dirigierst, dann habt ihr es gepackt. Ich mache jetzt noch mal so ein Stück hier. Ja, es ist halt so richtige Wirtzhausmusik. Da fühle sich dann so die Musik-Enthusiaste halt recht wohl. Und wenn dann der rote Mund geküsst werden soll, laut den Songs da, ist die Wirtin sogar am Tanzen mit den Gästen. Und ich könnte natürlich auch alle mit tanzen, das ist ja klar. Also Samstag, der 21.12. abends so gehe ich 19, 20 Uhr. Will ich euch da überall sehen. Und wenn es dann später wird, dass da so der letzte Song angeläutet ist, dann leuchten die Kerze und die Feuerzeuge. Also wie gesagt, 21.12. Die Adresse habe ich angegeben. Trude Archirith, wisst Bescheid.